Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembausteinbaus. Heute mit einem Set von Funhole und zwar der F9018, der Hunting Cabin, also der Jagdhütte. Bevor wir jetzt im Detail über die Verpackung und später über das Set reden, habe ich noch eine Bitte an euch. Und zwar möchte ich bitte, dass wir hier in diesem Video und auch in den Kommentaren das politische Thema Jagden und Hobbyjagden weglassen. Es ist gut, dass über so etwas diskutiert wird und dass auch bestimmte Verhaltensweisen dort hinterfragt werden. Ich möchte aber, dass diese Videos und dieser Kanal nicht in irgendeine politische Richtung abdriften, sondern dass wir uns hier mit dem reinen Stein beschäftigen. Und ich bin mir auch sicher, dass man bei dieser Hütte ein paar Sachen weglassen kann und hat dann einfach nur noch eine Waldhütte in einem verschneiten Wald ohne dieses Jagdthema. Deshalb bitte ich euch darum, dass wir uns auch wirklich nur auf das Set beschränken. Und vielen Dank auch noch einmal an Funhole, dass sie mir dieses Set, bevor es offiziell rauskommt, schon zur Verfügung gestellt haben, dass ich hier eine Review machen kann. Wie immer beeinflusst das aber nicht meine Meinung. Ich darf die hier offen kundtun, was ich über dieses Set denke. Und jetzt kommen wir endlich zur Verpackung. Das Set hat in diesem Fall 2036 Teile, ist laut der Verpackung ab 16 plus geeignet. Die hohe Altersangabe wird hier denke ich wieder an dem Lichtkit liegen. Die Verpackung macht an sich wieder einen hochwertigen Eindruck und ich finde sie auch schön gestaltet. Auf der Rückseite sehen wir dann nochmal das Hauptthema bei den Funhole Sets und zwar, dass wir eben eine Beleuchtung drin haben und sehen das Set einmal unbeleuchtet und im beleuchteten Zustand. Ich weiß auch, dass sich hier einiges bei der Beleuchtung geändert haben soll. Darüber reden wir natürlich auch noch, währenddessen wir dieses Set hier bauen. Die Seiten sind dann eher schlicht gestaltet, da gibt es jetzt nichts so Besonderes zu zeigen. Deshalb würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus und schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. Und damit sehen wir uns doch auch schon wieder am Bautisch mit der Anleitung. Die hat schon eine gewisse Dicke, hat auf jeden Fall ein hochqualitatives Papier. Genauso die Drucke sehen wirklich gut aus. Die Abbildungen sind sehr groß und ich denke, da sollte es keine Probleme damit geben. Es wird nichts ausgegraut, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt und das Ganze ist ja in Bauabschnitte unterteilt. Und am Anfang eines jeden Bauabschnitts sieht man, welche Tüten benötigt man dafür und was ist das Ergebnis des Bauabschnitts. Die Anleitung beginnt wieder mit dem Part, wo Funhole sich selber vorstellt. Dann haben wir nochmal eine Detailaufnahme aus der Hütte, genauso wie eine Außenaufnahme von der Hütte. Das gefällt mir sehr. Wir haben auch wieder die Inspirationsquelle, wie bei Funhole üblich. Natürlich wird auch wieder angegeben, was alles enthalten ist. Wir haben die Sicherheitshinweise, wir haben die Teileliste des Lichtkits, eine Anleitung für die Sticker, denn hier werden Transfersticker verwendet und eine Anleitung für den Teile-Trenner, genauso auch nochmal für das Lichtkit. Also ich denke, man sieht auf jeden Fall, dass sich hier Mühe gegeben wurde. Insgesamt haben wir 477 Bauschritte auf 284 Seiten. Dann haben wir nochmal eine Seite, wo wir darauf hingewiesen werden, dass wir das Ganze auch bewerten können, um Funhole eben auch Tipps zu geben, was sie vielleicht in Zukunft besser machen könnten. Und wir haben auf den nächsten Seiten auch noch die Themenreihen vorgestellt mit ihren jeweiligen Sets. Und ich muss sagen, ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Die Rückseite ist dann komplett schwarz gestaltet. In der Anleitung finden wir dann noch die Sticker vor und dahinter verbirgt sich noch die Servicekarte von Funhole. Ich würde sagen, der Stickerbogen hält sich in Grenzen für ein 2000 Teile-Set und es sind wenigstens hochwertige Transferaufkleber. Für die Leute, die das Tütendesign von Funhole noch nicht kennen, das könnt ihr jetzt nochmal sehen. Das Ganze ist wirklich schön eindeutig durchnummeriert und wie wir das auch schon von Funhole kennen, haben wir diese kleine orange Box und darin haben wir das Lichtkit. Wir haben hier einmal wieder die Batteriebox, leider keine Akkubox, sondern eine Batteriebox. Und wir haben wieder die Pinzette, die wir zu den Funhole-Sets bekommen. Das ist natürlich super, um die Sticker aufzukleben und auch um das Lichtkit zu verlegen. Finde ich toll, dass die dabei ist. Da kann ich mich nur wiederholen, man sieht, dass Funhole sich Gedanken gemacht hat. Und wir haben natürlich noch die Tüten, in denen sich die Teile des Lichtkits befinden. Funhole arbeitet ja mit Lichtkits, die direkt in den Steinen eingebaut sind. Wir haben also keine einzelnen LEDs, die wir irgendwo platzieren müssen, sondern wir müssen nur die Kabel verlegen und die Steine an die jeweilige Stelle verbauen. Und was ich auch gut finde, Funhole hat mitgedacht, die Batteriebox ist weiß in diesem Set. Bei dem Mittelalter-Set war sie schwarz. Hier haben wir aber ein Winterthema. Eventuell wird ja die Batteriebox sogar in der Landschaft mit verbaut. Und da finde ich es gut, dass sie eben dieses Mal weiß ist. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf diesen Bau. Fange jetzt natürlich auch an zu bauen und wir sehen uns nach den ersten wichtigen Bauschritten wieder. Und wir sehen uns das erste Mal nach 123 Bauschritten und damit nach dem zweiten Bauabschnitt für einen kleinen Zwischenstand wieder. Im ersten Bauabschnitt haben wir im Wesentlichen diese Schneelandschaft unten gebaut. Und das Ganze steht auf normalen Plates. Und auf diese Plates haben wir dann doch recht steineintensiv die Schneelandschaft und auch die Basis für das spätere Haus errichtet. Wir haben auch diese schönen Trans-Blue-Teile. Und das Ganze ist auch sehr massiv geworden und hat im Bau sehr viel Spaß gemacht. Im zweiten Bauabschnitt haben wir dann schon die ersten Teile des Lichtkits verbaut und haben dann diese Basis der Hütte errichtet. Auch hier wieder sehr detailverliebt, sehr teileintensiv, aber auch sehr spaßig. Ich gehe davon aus, der Rest der Hütte wird auch sein verschwenderischer Bau, dass wir auf einem relativ kleinen Raum für so einem Set sehr viele Teile verbauen. Und das hat auch auf jeden Fall durchaus seinen Reiz. Wir haben auch ein paar Prints dabei. Es ist immer dasselbe Teil. Und zwar sind es diese Dielenbretter. Die sind teilweise geprintet. Und das ist auch auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass die geprintet sind. Sonst hätte man den Stickerbogen noch um einiges erweitern müssen. Und hier haben wir die ersten zwei Sticker. Und zwar Bärenkrallen. Das passt natürlich sehr gut zu einer Jagdhütte. Positiv ist bisher auf jeden Fall die Steinequalität. Die Plates haben eine super Qualität. Die Fliesen haben eine gute Qualität. Sie haben wirklich nur leichte Kratzer. Sonst sehen die echt gut aus und glänzen auch schön. Und das Ganze vom Baugefühl sowie der Klemmkraft ist bisher wirklich spitze. Das sind sehr sehr gute Teile. Und auch das Lichtkit wurde bisher schlauer verlegt meiner Meinung nach als bei dem Mittelalter Mark Z. Denn wir haben hier nirgends wo eine Stelle, wo das Kabel wirklich gequetscht worden konnte bisher. Das Kit wurde immer durch solche Freiräume hier gelegt, die wir selber gebaut haben. Und das ist schon wirklich sehr positiv. Also bis auf diese Stelle, wo wir ja mit dem Kabel anfangen, sieht man hier eigentlich kaum, wo hier noch Kabel verlegt sein sollen. Da muss man schon wirklich genau zweimal hinschauen, ehe man das Ganze erspäht hat. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass das Ganze weiterhin so positiv bleibt. Baue jetzt natürlich weiter. Und wir sehen uns nach den nächsten wichtigen Bauschritten wieder. Und wir sehen uns das nächste Mal nach 161 Bauschritten und damit nach dem dritten Bauabschnitt. Denn ich muss euch mal diese Wand hier zeigen. Die zeigt meiner Meinung nach nämlich sehr sehr gut, in welche irre Richtung dieses Set hier wahrscheinlich abdriften wird. Aber das ist im positivsten Sinne gemeint. Allein wie viel hier Stats on the side gebaut wurde, wie viel Baurichtungsumkehr hier drin ist und wie viel Teile hier reingebolzt wurden, nur um diese Wand darzustellen. An sich ist es pure Verschwendung, aber das sieht an aber richtig, richtig gut aus und macht auch super viel Spaß beim Bau. Ich meine, ihr müsst euch mal überlegen, das ist ein Set mit über 2000 Teilen. Und das hier ist ein Bauabschnitt dieses Sets gewesen. Nur diese Wand ist ein Bauabschnitt dieses Sets. Damit wisst ihr schon, wie viele Teile hier drin sind. Und dieses detailverliebte Verschwenderische macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und das Ganze ist auch noch stabil. Denn gerade an diesen Stellen, wo man denkt, oh, das wird instabil, sind noch mal Stäbe drin verbaut. Und so ist das Ganze wirklich stabil, obwohl es so kleinteilig ist. Also wie gesagt, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Auch nur mit diesem einzelnen Bauabschnitt schon. Und ich hoffe, dass es genauso weitergeht. Wir sehen uns also nach den nächsten wichtigen Bauschritten wieder. Und wir sehen uns das nächste Mal nach dem sechsten Bauabschnitt wieder. Wir haben zum einen noch zwei weitere Wände ergänzt, haben schon einiges der Inneneinrichtung gebaut und auch an dem nächsten Stock haben wir schon gearbeitet. Wir schauen uns das natürlich nach und nach an. Die drei Wände sind alle nach einem ziemlich ähnlichen Prinzip gebaut, wie die eine Wand, die wir uns schon angeschaut haben. Sehr verschwenderisch, aber sehr spaßig und coole Bautechniken dabei. Bei der Inneneinrichtung haben wir bei der Feuerstelle noch einen richtigen Ofen drauf gebaut. Dort ist noch ein Stückchen Käse. Hier noch ein Tisch. Hier noch eine Art Werkbank mit einer Schublade darunter. Ein paar Jagdtrophäen, die Jagdlizenz und ein Bild daneben. Und ja, die sollen so schief hängen. Das wird tatsächlich in der Anleitung so gezeigt. Auch haben wir dann hier noch einen Sessel. Wir haben eine Art Lampe und ein kleines Tischchen mit einem Getränk darauf. Also durchaus für eine Jagdhütte eine schöne Einrichtung. Den nächsten Stock erreichen wir dann durch eine Leiter. Und auch hier haben wir wieder eine Lampe, eine Büchse und auch wieder ein Getränk. Und ein sehr spezielles Bett, denn ich glaube, ihr kennt das alle, dieses Bett soll ein Bärenfell darstellen. Typisch Jagdhütte eben. Was mir auch positiv aufgefallen ist, die Kabel sind farblich an die Steine angepasst, in denen sie verlegt werden. So haben wir hier zum Beispiel ein braunes Kabel für die braunen Steine. Arbeiten außen aber teilweise auch mit einem weiß-schwarzen Kabel, was in der Schneelandschaft sehr gut verschwindet. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass die Kabel am Ende gar nicht mal so auffällig in dem Set sind. Das sind noch die losen Enden, die wir am Ende zusammenführen werden. Genauso wie dieses Kabel. Aber an den Stellen vom Set, wo das Kabel schon komplett verlegt ist, wird es nicht einfach, das sofort zu erkennen. Durch die wirklich sehr gute Steinequalität und die spannenden Konstruktionen, obwohl wir hier Wände aus super kleinen Teilen bauen, was sich auf den ersten Blick nicht so gut anhört, aber durch die Bautechniken dann aufgefrischt wird, hatte ich auch bis nach diesem sechsten Bauabschnitt super viel Spaß und auch dieser siebente Bauabschnitt hat sehr viel Spaß gemacht und dementsprechend baue ich das ganze jetzt zu Ende und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Set wieder und sehen es dann natürlich auch nochmal beleuchtet in Aktion. Und damit ist die Funhole F9018, die Jagdhütte auch schon fertig und ich hatte genau wie ihr das beim Bau schon mitbekommen habt, wirklich einen riesigen Spaß mit diesem Set. Ihr seht es jetzt auch voll beleuchtet von außen und ich denke allein in dieser Ansicht sieht man wieder wie viele Teile hier an die einzelnen Elemente geflossen sind und wie detailreich das ganze dann auch geworden ist. Die Beleuchtung gefällt mir wirklich gut, auch weil es diesmal eine leicht überarbeitete Variante ist. Das haben wir an den Kabelfarben gesehen und auch die Stecker sind verändert. Die Stecker waren ja immer sehr klein und fummelig einzustecken in die Verteiler. Das ist hier aber anders geworden, denn die Stecker wurden von der Art Länge fast verdoppelt und damit lassen sie sich viel einfacher einstecken. Trotzdem ist aber zum Beispiel auch die Pinzette noch dabei, womit das Verbauen von dem Lichtkit wirklich nicht mehr so fordert ist wie bei den älteren Sets. Auch die Verlegetechniken generell passen hier richtig gut rein. An wenigen Stellen sieht man die Kabel und das ist nur ein kleiner Kritikpunkt. Da wäre es besser, wenn man nicht diese Fackeln außen hätte, sondern überall elektrische Lampen. Man sieht ja in diesem Set auch verschiedene elektrische Lampen, zum Beispiel die, die auch unter dem Dach direkt ist und da hätte man die Not gar nicht haben müssen, diese Fackeln außen anzubauen, denn wenn aus Fackeln Kabel rauskommen, ist das doch merkwürdig. Wenn man einfach eine elektrische Außendampe hat, dann wäre das gar nicht merkwürdig. Aber da seht ihr schon, wie klein die Kritikpunkte an diesem Set sind. Genauso wie der Baum, der soll ja windschief sein bzw. von dem Schnee und der Last, die auf ihm liegt, verbogen werden. Gefällt mir nicht wirklich gut. Ich finde es schöner, wenn er wirklich gerade gebaut ist. Man kann ihn zwar auch gerade bauen, als ihr ihn jetzt seht, aber man bekommt ihn durch die Konstruktion nicht komplett gerade. Und auch warum der Baum unbedingt leuchten muss, leuchtet mir in dem Fall auch nicht ein. Klar hat man bei Winterbäumen gewisse Schneereflektionen drin, aber ich finde, die sind auch mit diesem leuchtenden Baum nicht so gut umgesetzt. Die Lampe hätte man meiner Meinung nach lieber woanders benutzen sollen. Aber das ist ja auch wieder eine Geschmacksfrage. Man kann das Dach auf jeden Fall abnehmen. Das Dach ist auch wirklich wie alles in diesem Set gut durchdacht und vor allen Dingen stabil gebaut. Man hat dann auch nochmal zwei Achsen in dem Dach verbaut, die man arretieren kann in den Dachaufnahmen und damit kann da gar nichts verrutschen oder verwackeln. Wir haben dann noch die Jägerfigur. Die ist genauso aufgebaut wie alle anderen Funhole-Figuren. Ich finde, sie ist jetzt nichts Besonderes, auf das man lange eingehen müsste. Und auch die Bärenfigur haben wir dabei. Sie ist natürlich für das Set an sich relativ wichtig. Sie sieht auch gut aus, aber die Gelenke von der Figur gehen mir zu leicht. Also in dieser Angriffspose ist er wirklich schwer einzustellen, weil er relativ schnell wieder runterfällt. Da können die Gelenke für meinen Geschmack wirklich noch einmal fester gehen. Dann haben wir noch den Hund dabei mit seiner Hundehütte. Die Figur finde ich wieder richtig gut. Die Hundehütte hat auch noch einen Sinn. Warum jetzt eine Hundehütte unbedingt beleuchtet ist, weiß ich nicht. Aber wir können in der Hundehütte alle Kabel verstecken. Und das ist auch wieder ein Grund dafür, warum man sonst in dem Set so wenige Kabel sehen kann. Das Innere habt ihr ja größtenteils schon im Aufbau gesehen. Jetzt seht ihr es noch einmal beleuchtet, wodurch natürlich gerade der Kamin nochmal sehr gut zur Geltung kommt. Und ich kann mich da nur wiederholen, es gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist alles sehr gut durchdacht. Es werden super viele Steine auf ein relativ kleines Set verbaut und dann wird es eben so detailreich, so schick und der Bau ist trotzdem nicht langweilig geworden. Obwohl es hier genug Stellen gibt, wo man 1x1 Steine, 1x1 Round Bricks und dann noch 1x1 Plates oder 1x1 Round Tiles irgendwo drauf baut. Und das hört sich erstmal gar nicht so spaßig an, aber das Set hat es geschafft, dass es spaßig ist. Wir haben hier viele schöne Bautechniken dabei und ich denke jeder wird damit seinen Spaß haben. Und wenn man jetzt mit dem Jagdthema nichts anfangen kann, dann kann man es auch umbauen und hat einfach nur eine Winterhütte. Den Bären kann man dann ja auch in einer liebevollen Pose draußen hinstellen und schon ist alles gut. Aus Glembersteinsicht kann man dem Set einfach nicht wirklich was vorwerfen, egal wie lange ich darüber nachgedacht habe. Und dann haben wir natürlich immer hinter seinem Set nochmal den Preis stehen. 2000 Teile hört sich erstmal viel an, es sind kleine Teile. Darüber haben wir gesprochen. Aber aus diesen kleinen Teilen bekommt man am Ende eine wirklich schöne Hütte und hier hat es auch eine Berechtigung, dass die Teile klein sind. Deshalb haben wir diese Bautechniken, deshalb haben wir die detaillierten Wände, haben auch Türen und Fenster, die wirklich in die richtige Richtung aufgehen. Und das wurde eben mit den kleinen Teilen und viel Baurichtungsumkehr hinbekommen. Und dann ist der Preis von 120 Euro, die das Ganze in Deutschland, also ohne Eigenimport kostet, wirklich fair. Und es gibt auf Amazon auch momentan noch ein 15% Coupon-Code, womit man für dieses Set nur knapp über 100 Euro bezahlt. Und knapp 100 Euro für so ein Set, voll beleuchtet mit den Figuren, mit der Durchdachtheit und allem was ihr im Laufe der Review gesehen habt, ist auf jeden Fall ein fairer Deal. Und dementsprechend gibt es von mir für dieses Set eine Kaufempfehlung. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt wie immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch diese Review gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.